Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, der Ozean. So faszinierend, so wunderbar. Wir sind hier in Bikini Bottom. Ihr wimmelt es vor Leben. Und ihr ist eins meiner Lieblings-Lebewesen zu Hause, Spongebob-Schwammkopf. Ja, natürlich wohnt er in einer Ananas, ihr Dümmerchen. Heute ist mein großer Tag, Gary. Sieh mich an, ich bin nackig. Ich muss heute körperlich in Topform sein, Gary. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin informt. Ich bin bereit. Ja, ganz enorm. Ich bin bereit. Jederzeit. Ich bin bereit. Auf geht's, Spongebob. Da ist es. Die beste Einrichtung für Hungrige, die je für Hungrige eingerichtet wurde. Die krosse Krabbe mit den besten Krabbenhörern unter dem Meeresspiegel und dem Aushilfegesuchtschild im Fenster. Seit Jahren träum ich von diesem Moment. Ich geh da jetzt rein, marschiere direkt auf den Manager zu, sehe ihm in die Augen und sag's gerade heraus. Ich kann das nicht. Patrick! Wo willst du denn hin, Kumpel? Ich wollte nur... Nein, das wolltest du nicht. Du gehst jetzt sofort in die krosse Krabbe und besorgst dir diesen Job. Ich kann das nicht kapieren. Ich bin zu schlecht. Wessen erste Worte waren? Darf ich die Bestellung aufnehmen? Meine. Wer hat im Werkunterricht einen Pfannenwender aus Zahnstochern gemacht? Das war ich. Wer ist... Wer ist... Wer ist ein großer gelber Würfel mit Löcherchen? Das bin ich. Wer ist bereit? Ich bin bereit. Wer ist in Form? Ich bin in Form. Wer ist bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jederzeit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jederzeit. Ach du dicke Tinte. Spongebob. Was will denn der hier? Los Spongebob. Los Spongebob. Los Spongebob. Los Spongebob. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Sie müssen mir zuhören, bevor es zu spät ist. Er wird erlauben, es an Bord zu kommen, Captain. Mein ganzes Leben lang hatte ich nur ein Ziel. Ich wollte zur Krabbencrew. Und jetzt bin ich bereit dazu. Wanne, kann ich anfangen? Na ja, Minjung, du hast doch noch nicht mal den Freischwimmer. Bitte, Mr. Krabs. Ich bin ein bombiger Bulettenbrater. Fragen Sie Thaddeus, der kann's bezeugen. Nein. Na gut, Minjung, wir werden dich testen. Und wenn du bestehst, bist du bei der Krabbencrew dabei. Du besorgst mir jetzt einen, ähm, äh, hydrodynamischen Pfannenwender mit, ähm, Steuer- und Backbordaufsätzen und Turboantrieb. Und komm erst wieder, wenn du einen hast. Ei, ei, Captain. Ein hydrodynamischer Pfannenwender mit Steuer- und Backbordaufsätzen und Turboantrieb. Kommt sofort, Sir. Beeil dich! Den Schwammkopf sehen wir nie wieder. Sie sind unglaublich ein Hydro, was? Hey, hey, bitte, ja? Die Frage ist da, sitzen zu bleiben und nicht die Flossen aus dem Fenster verschränken! Wissen Sie? Ha, 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 ha! Hört sich an wie ne Busluke. Riechen Sie das? Dieser Gestank, dieser stinkende Gestank. Dieser stinkende Gestank. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Das sind Sardellen. Was? Sardellen! Bitte, ja? Ruhe, bitte! Was ist denn das für ein Benehmen? Essen. So, und jetzt zeigen wir mal Manieren und bilden eine hübsche und geordnete Schlange vor dem Bestelltresen. Im Supermarkt gibt's Pfannenwänder und noch viel mehr. Es alle mal entdeckt! Ankel lichten und antreten! Ihr sollt nur eine Schlange bilden, mehr will ich doch gar nicht! Wow! Hallelu nicht, Mr. Thaddeus! Wir nehmen Wasser auf, Mr. Thaddeus! Ich will zu meiner Mami, Mr. Thaddeus! Pfannenwänder, Pfannenwänder, Steuer- und Backbordaufsätze! Mann über Bord! Hilfe! Nach oben, Mr. Thaddeus! Nach oben! Das ist das Ende! Wieder so, Mr. Thaddeus! Oh, Mr. Krabs! Er bitte erlauben, es hervorzukommen, Käpt'n! Da-da-da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Hat hier jemand einen Pfannenwänder bestellt? Hier, lass es uns wieder an und stände! Bitte sehr! Ein hydrodynamischer Pfannenwänder mit Steuer- und Backbordaufsätze! Und nicht zu vergessen, der Turboantrieb! Unfassbar, sie hat nur einen auf Lager! In die Küche! Wer hat Hunger? Ja! Er ist eine Pfannenwänder mit »vallikum« – Eingrando für die Küche! Wer hat Hunger? La – das ist eine Pfannenwander? Denk im Nachbord! Denk im Nachbord! Denk im Nachbord! Das ist eine Pfannenwander! Da – das ist eine Pfannenwander! Da – das ist eine Pfannenwanderung! Von der Dükenwanderung! Oh, I love it! I'm right here to stay where I come. Pray I'll be right if I die. Living in the sunlight, loving in the sunlight, having a wonderful time. Das war der beste Fast-Food-Fischzug, den ich je gesehen habe, Mr. Schwammkopf. Willkommen an Bord. Aber, aber, Mr. Krabs... Ein dreifaches Hoch auf Spongebob. Hip, hip! Hurra, äh, Mr. Hip, hip! Hurra, äh, hurra, äh, Mr. Krabs? Ich bin in meinem Büro und zähle die Eisner. Schönen guten Morgen, Krappen-Crew! Was darf ich dir bringen, Patrick? Ich möchte einen Krappen-Burger, bitte! Ja, was? Wow! Mr. Krabs! Mr. Krabs! Mr. Krabs? Sehen Sie nur, was Ihr neuer Angestellter mag! Oh, 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 oh! Whack, ho, oh, 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 oh! Messenger. Schwammkopf. Wenn ich dir was, habe ich nicht Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.